In den letzten paar Wochen sind in der Schweiz rund 11'000 Hektar Herdöpfel gesetzt worden. Das sind knapp 16'000 Fussballfelder. In einem normalen Jahr lehnen die Herdöpfel für 85-90% der jährlichen Konsummenge. In der Schweiz werden zwischen 70 und 75 verschiedene Sorten gesetzt. Denn es gibt nicht aus jeder Sorte perfekte Pommes oder Chips. Jetzt freuen wir uns auf die ersten Schweizer frühen Herdöpfel, die wir sicher in ein paar Wochen werden geniessen können. Bis zum nächsten Mal.